Hi! Ich wollte mal fragen, ob es schon irgendwas Neues wegen der Fingerabdrücke gibt. Das hätten wir Ihnen auch am Telefon sagen können. Echt! Ist Daniel auch noch da? Daniel? Ja. Nee, der holt deine Frau ab. Warum? Ach, ich wollte nur mal privat mit ihm quatschen. Ich dachte, er könnte mir beim Start ein bisschen t... Lukas, bringst du es schon mal rein? Ich dachte, sie kennen sich gar nicht so gut. Gleich. Da graut mir ein bisschen vor, aber ich kann ja nicht im Park schlafen, ne? Ja, kommen Sie doch... Echt? Ach, ja. Cool, na dann, dann fang ich aber auch mit an. Danke, oh, ja, kein Ding.